Das war's für heute. Die Knöchel verstaucht, gerädert, geschlaucht, die Arme verbrannt. Die Knöchel verstaucht, gerädert, geschlaucht. Die Knöchel verstaucht. Die Knöchel verstaucht, gerädert, geschlaucht. Die Knöchel verstaucht. Die Knöchel verstaucht, gerädert, geschlaucht. Das fehlt mir so ein bisschen. Das ist alles wie so ein bisschen unter Mehltau, sozusagen. Das ist der Eindruck, Hilfe. Und in Köln gibt es Karneval und das wird sich alles krass ändern, sobald ich da wieder in den rheinischen Vorsinn eingetaucht bin. Also in Deutschland ist die Stimmung möglicherweise schlechter, als die tatsächliche Lage. Wie ist es in Russland? Und in der nächsten Woche. 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 Wie sehr der Schlaf mit anderen Prozessen in unserem Organismus zusammenhängt, weiss jeder, der schon mal zu wenig geschlafen hat. Kriegen wir nicht den Schlaf, den wir brauchen,